servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rust ja noch mal ganz kurze ansage wie gesagt mal ist nur der natrix dabei mal nur der meter mal beide mit sind wir mit odys team zusammen unterwegs war ich alleine nur mit dem oddy also mit odys team und so weiter nichtsdestotrotz wollte ich euch nur eine kurze kurz das intro da bieten und wünsche euch nun viel spaß mit der folge er drauf wo ist er denn laufen wir jetzt alle sowieso verteilt dahinter ja da muss man aufpassen dass wir jetzt ich bin schon auf t12 an der straße ich bin erst 13 also einen tacken rechts von dir aufpassen dass ich nicht wieder in die blöden tools reinlaufen da steht schon auf dem dach hast du es da gerufen glaubst ja ja mal gucken vielleicht schaut man ja trotzdem den wechseln snacken schießt das schon nicht so auf dich jetzt gerade oder was ja alles gut wenn man ein bisschen mehr mut mitnehmen soll ich hab noch ein bisschen was da oben am dach oder wie wer wer ist denn das jumpcheck ok ich bin hinter dir schießt der auf mich der hat auf mich geschossen mit dem pfeil naja da ist er bei mir eingeschlagen ok ja da ist er aber aber da landet mit auf der base selbst schuld sind es zwei oder drei oder was willst du entscheiden bis jetzt nur mit bogen ja bis jetzt ich gehe nicht weiter vor stein rechts ich gehe vor irgendwas müssen sie besser kofen ja oh lag aber ein hit hat jemand zufrieden da gibt es einen stoff mit Achtung die Oka hinter uns hinter uns ja wo bist du denn ich war neben dir am stein ich sehe ich nicht ich sehe dich nicht ich sehe dir eine Leiche nicht ah so ein Dreck ich versuch's einfach mach bist du noch am Leben Sargus ja ich schieße ja der hat gepusht Abschuss ich glaube es ist ein Lüchterkorn ah ich bin dauernd jetzt mit der mit der Mistole ja ah hörst du das bam 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 hör mal wie so ja die kriegen die kriegen ja aber ihren AirDrop nicht oder die haben ihn nicht gerufen kann natürlich auch sein dass er einfach da runtergegangen ist wenn wieder hin ist ja manchmal das Glück er hat den gelootet der eine also bist du auch tot ja ja bin tot ah shit zu wenig Moon selbst schuld ja das war ein schneller Fight das war ein schneller Fight ja ja vor allem der mit der Oka ich denke was macht der haut zehnmal drauf mit seinen weißt du mit dem Stein aber ohne die Pistylmänner hätten sie keine Chance gehabt ne die haben den ja auch nicht gekriegt von der Base ja eher mit der mit dem Revolver Ding genommen sah zumindest so aus grad naja die P2 der Hamsteck wegen der Manig ja das ist mega lästig also das hätten sie nicht patchen müssen als das umgedreht ist total Banane ist das als ob sich hier jemand die Mühe macht die ganzen Setzlinge da abernet und einpflanzen oder was ja das klar und die hatten letztes letzten Weib ähm a planter Base mit zwölf plant also mit diesen mit diesen Setzlingboxen und hatten die voll betrieben habt ihr eine Frau im Plan gehabt oder was ja sowas ähnliches ja ganz im Ernst also also da brauchst du kein Rust zu spielen ey die sind immer noch auf die Typen echt ja ich kann auch nochmal ich bin mich schon wieder da der Airprop liegt immer noch aber natürlich wird er bestimmt jetzt muss ein bisschen was drinne sein oh der hat dann kommt ein Spieler da wir folgen einen anderen Spieler der die jetzt verfolgt wo war das S14 circa ähm S13 mittig unten ok ja komm ja ich bin auch um mich ok da hockt einer mit einem Bogen Metallhelm Frage nein Metallhelm gegen Stein keine Chance aus ich gehe wieder ich gehe wieder an den er sucht hier irgendwas er sucht was ja mein waterpile wahrscheinlich im V-schatten kein Schwein ist da wo bist du Uli äh immer noch S13 unten mittig ja gut ja ich komm mal hin wo ist der Spieler er läuft jetzt wieder in Richtung unserer Base ja wenn du auf die Stelle zukommst rechts von der Straße sehe dich aber auch nicht er rennt weg auf jeden Fall Hit oh der ist nackter ah wie Hit der mit dem blauen Helm ja ok ich komm an die Rand von hinten ich sehe ihn der flitzt ja ja ich sehe es er ist am Stein ich höre ihn er wartet ob ich push warte warte ich push ich push ich glaube der haut ab oder ja 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 schießt da hinten ha mach mal so als wenn ich dich jagen will oh ah shit sorry sorry alles gut alles gut ah scheiße du bist der mit der Armbrust oder ja ja er ist der mit der Armbrust ich bin der der liegt ja ich meine nur den anderen warte ich heb die auf ja Sau kommt von hinten noch Hummer ach ist das eins ist da eine Base reingegangen oder was ja 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 er hat einen Pfeilpicks aus meinem Gesicht alter er hat nicht mal einen Code-Lock gerade also schon aber kein elektrische der war am Airdrop oder was der war jetzt gerade am Airdrop der hat ja irgendwas gesucht der als wenn er ein Versteck macht der hat immer so gemacht die ganze Zeit Junge gib den Airdrop raus ich hab keinen Airdrop ja ach du schon wieder alter du bist doch der Hans ich hab auf uns schon nee Peter war es ne Peter Peter ja Peter lustig war es weißt du das ist ein ja ja würde ich auch erzählen ich will mal gucken ob ich noch was finde dahinten ah ich werde sowieso sterben ich habe 5 Leben warum denn das hm Peter ja nämlich in der Sekunde wo ich schieße Peter ja in dem Moment hab ich auch ich hab auch ein Glück heute ne in dem Moment hast du gedacht los mit dem Kopf rein oder was so eine Art ja hm Dennis Peter den hab ich vorhin 50 Stoff geschenkt da war er froh ja unser Staff ist sicher weg also als wir es wieder hergetragen haben die werden dankbar sein die Kleinen hier vor allem der Kamp Camper Kinder Alter vor allem hier in der Pampa Roof Campen ist halt so das eine gell naja genau mit Bögen ey jetzt haben sie noch Revolver oder? ne ich glaub nicht ich glaub das ist sowas ein anderer der du den geholt hast ja keine Ahnung was in solchen Köpfen vorgeht Daneben und dachte da rumgeeier Daneben du bin ich du bin ich ich mein ich auch noch ein Tote ach das ist erschreckt ja ich hab's gehört alter ja na guck vielleicht fällt der ja runter dann der ist direkt da rein glaub ich ja ob die Leichen noch was haben ne 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 hier ist alles leer n Hammer yes n Hammer ja der kommt raus ach oben wahrscheinlich wie viele Türen haben die denn? ja klingt klingt ewigst viel ja ne die haben hier außen drei Türen also auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nochmal eine aber hallo hallo es geht alt was Füße hat ja man die haben viel Türen hier außerhalb wir haben ein Hit du hast nen Hit? hm hast du schon safe da hängt noch ein Pfeil oben an der Wand ähm ja lass mal die da was machen oh wir hätten jetzt geschossen hier mit dem Bogen ne ich hab geschossen ja keine Ahnung ich kann jetzt wissens voll auf mich ziehen und die versuchen zu treffen ja das bringt ja nix er kommt eh nie runter ja die haben Spaß daran irgendwie fünf Stunden auf ihrem Dach zu stehen und ja ha ha trottel ha 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 schießt jetzt runter das ja ja die ganze Zeit schon und trifft nie einer von denen ey wieder ein neben der Herr also das geht besser langweilig ja geh mal abslos Krap organisieren für die Semi oder wa? wir abslos Krap organisieren oder? für die für die Semi ja 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 flipp durch s*** Wer schießt denn hier? Ich? Das war ein Hit. Oh, noch ein Hit. Wow, über meinen Kopf rüber, alter. Man, ey. Die scheinen ja wohl verbündet zu sein mit dem kurzen Eimer-Helm. Der liegt da oben. Wie? Hast du den erlegt? Ja, wundert. Frage. Also hast du den jetzt gelegt oder fand Lene jetzt so umgefallen? Nee, ich hab ihn getroffen mit dem Pfeil. Es ist ja die Frage, ist eventuell den sein Po runtergefallen? Ich glaube nicht. Also der war direkt direkt oben in der Mitte vor der Tür liegt da. Weiß noch, wo er noch immer verwundet ist, oder? Nee, liegt außenrum nix. Mein Gott, wie viele Tünen haben die da drinnen, alter? Ich sag Spawn, glaub ich. Ja, du-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Drei Mann sind das da, naja. Sicherung, ey. Hat er auf die Uhr geschaut und wird in circa wieder Nacht? Das ist für mich jetzt schwer zu sehen, weil ich bin... Wenn ich mir so die Sonne angucke, würde ich sagen 10 Minuten. Super. Eis-Ausbruch, was ist denn da für ein Name, alter? Was da für ein Sprint ansitzt, ey. Ja, ja, voll. Der haut ab. Der hat keinen Bock mehr auf mich. Headshot. Einen Hit noch, Talika. Oh. Ja. Ich seh ihn nicht mehr. Ich bin down. Ja, er ist auch down. Komm mal zu euch. Kannst du mich looten? Wer hat mir da noch einen Fall geschossen hier? Da hinten, du Kleiner. Ich bin bei Hans. Oder? Ist der Nacki da hier vorne? Ne, bisher. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ja, Luke mal deinen Kollegen. Wo ist er denn? Ja, irgendwo in die Richtung, wo du herkommst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war peinlich. Super, das ist der blaue wieder, der Peter. Wird beschossen, aber wo, wo, wo? Wo ist die Leiche von dir? Ah, hier. Äh. Ach, sehr gut. Sehr gut. Alter. Mach dich doch nicht lächerlich mit deinem Pfeil da jetzt. Der hat mir Revolver trifft ja nicht da hinten. Also der Peter wurde gerade von rechts beschossen, keine Ahnung. Ob du jetzt die, die, die Tulip war, weil er zu nah dran war? Das war der hier, der... der blaue Helm-Typ hier vorne. Jetzt wirst du wieder sehr putzig ran, wa? Stimmt. Haha, 100 Pro. Hm. Was schießt denn hier jetzt? Wo? Hat du gerade hier geschossen? Gerade hier an bei mir so. Wut. Bei mir nichts geschossen. Ich sehe dich aber auch gerade nicht. Ich weiß nicht, wo du rummeierst. Äh, hier. Ach da. Ha. Komische Typen hier. Echt, ey. Unglaublich. Na ja. Ach zurück. Raken sind hier. Nö. Oh Gott. Nicht so nah, sonst schießt das Ding auf uns. Jaja. Ja. Ja, was wollen wir jetzt machen? Denn Raiden gehen hinten oder was? Mhm. Können wir gern. Okay. Was auch dabei? Sag was? Ach ja, komm. Die halbe Stunde rum, gell. War schon egal. Ja. Langweil. Ja, reden. Bei Raster. Ja. Okay, komm. Ja, Ioka ist immer so. Aber wir können auch nicht. Flammenwefer. Flammenwefer, ja. Flammenwefer. Ja, ganze brennende Pfeile nehmen. Und ach, ne. Mach mal Ioka. Wir haben auch noch eine. Passt schon. Boah, wir nehmen die, ähm. Ach, ne. Shit, hab ich gar nicht gelernt. Oh, flammen die klein. Na, Alter. Haben wir auch noch welche? Bisher mit der Ioka war schneller. Zwei. Mann, diese Sicherung. Ohne Witz. Hab ich hier einen gefunden? In jeder Kiste fast. Jede Kiste. Wenn man es verkaufen könnte, wäre geil. Ja, wenn sie wenigstens decken würden, wäre geil. Ja. Ja. Ich hab schon mal anfangen, ne? Ah, wie gesagt, ey. 20 Stück. Kann man die schreddern? Ja, das wäre vielleicht nochmal ne Idee. Oh ja, es geht. Guck mal, was rauskommt. 20 Schrott. Ach. Ja. Ja. Dann kann ich ja mal die ganze Kiste schreddern gehen. Cool. Also gut, dann habe ich nichts gesagt. Das ist cool. Dann kann man so 10 liegen lassen und den Rest ganze wegfeuern. Jut, wann wolltest du denn da hin? Nächsten Morgen erst, oder? Jetzt, jetzt, oder? Oder wollen wir noch warten bis zum nächsten Morgen? Ach, mega. Ich muss noch rein, eben die Öko holen. Kann noch ein bisschen Munition auf dem Weg machen. Mach nur grad hier nochmal ein paar Fässerchen und sowas. Ah gut, die scheiß Nacht ist mal so lange, ne? Ja. Ähm. Ja, hab ich gesagt, da hinten wird eh nix los sein, also. Da lief die ganze Zeit immer einer rum, den haben wir jetzt zwei, dreimal gejagt. Der hat sich dann natürlich verpisst. Ja, das meine ich noch nicht mal, aber der sieht schon mal kaum was. Ach, ich mach mal Licht an, wenn da keiner ist. Oh. Warte. Ja, aber Letterhatch. Echt? Ja. Das ist ja noch seltener wie die... Ah, das war Pär. Der war Pär. Der war Pär. Automatisch, ey. Electric Fuse. Einmal, was er so gefunden ist jetzt. Und das in so ner Indite-Kiste. Läuft hier halt hier gut? Oh, das baue ich auch. Den Holzrüstung... ALTER BELLIE! Ey! ein bisschen holz mitnehmen sobald anzupfen das ist ein schilder machen die betreten kommen da wurde ob sind da wenn ich immer ganz gern hingucken ob dort zu reden aber dabei ist das was los ist auch sehr gut alter ne ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat gefallen wenn es euch gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da ansonsten immer lobkritik anregungen whatever in die kommentare freue ich mich drüber und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann ciao